jetzt ist er gerade über und er ist erst gerade da gelandet und da ist noch der zweite ich kann den von der zweiten eigentlich zuerst sehen aber rauf gehen ich kann den eigentlich zuerst sehen und den anderen aber hier rauf gehen und ich bemerke mich das drüber da vorne sind sie da vorne ist noch ein Spaß wir haben den 17. Mai 2022 jetzt kommt auch noch ein Schwalbe hier kommen sie mal ich habe jetzt gerade noch eine Playlist zusammengestellt mit 139 Videos nur die Bachstelze ich werde das noch mit anderen machen also mit den Schwalben sicherlich mit den ich werde das auch mit den Spatzen machen mit den Schwänen und so weiter jetzt habe ich aber gemerkt dass bei dem Falken wobei vom Falken habe ich nicht so viele Videos das hat ja noch wenn ich ihn suche dann kommt halt auch der Fall kein Platz oft vor darum ist es nicht so einfach die zu finden aber ich werde das machen und dann in Zukunft immer woher mit den Falken hier und dann das ist ganz schön mit den Falken und ich werde es jetzt hier kommen auf den Falken auf den Falken und dann auf den Falken Untertitelung des ZDF, 2020